Willkommen zum Tag 2 der Breeders Crown. Heute ist wieder ein vollgepackter Tag mit sechs Hauptläufen. Nämlich steht jetzt der Wettexperte Nikolai Laza. Tag 2 ist ja quasi wie der Derby-Ruangstag. Ja auf jeden Fall. Mehr geht im Trabrennsport auf jeden Fall nicht. Wir haben die besten Pferde im Ablauf. Die Bahnverhältnisse sind jetzt nicht ganz optimal. Es hat sehr lange leicht geregnet und von daher sind es andere Voraussetzungen. Aber was der Trabrennsport hier heute zu bieten hat, das ist die Creme de la Creme. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal direkt zu den ersten Rennen und wir lassen den Ladies den Vortritt im dreijährigen Stuten. Und das Rennen der dreijährigen Stuten sollte fast zu einem Stabzielsieg werden, denn Motion Pure sicherte sich im ersten Bogen direkt die Führung vor Misco Diver und Tijuana Diamant. Diese behielt sie dann auch bis auf die Gegend gerade. Dort kam dann Happy Steel, geführt von Dion Tesla, ein wenig auf. Dahinter noch Misco Diver und wie gesagt Tijuana Diamant. Und eben Happy Steel und Tijuana Diamant zogen dann am Ausgang des Schlussbogens noch einmal an und machten Motion Pure das Leben noch einmal ein wenig schwer. Doch die von Heinz Webring geführte Stute sicherte sich den Sieg im Rennen der dreijährigen Stuten. Also ich hatte ein sehr gutes Gefühl, als ich ins Rennen ging und die Stute ist sehr gut eingetreten und ich hatte auch meine gewünschte Position. Ich kam sehr früh nach vorne. Heute war der ein bisschen klebrige Bahn, war das natürlich ideal und sie ist gut durchgelaufen. Also als wir im Einlauf kamen, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass es reichen würde. Wir kommen jetzt zu den Rennen der vierigen Stuten. Gilda Newport gilt ja als die absolute Favoritin. Wie ist es bei Ihnen, Dion Tesla? Welche Taktik wenden Sie an? Welche Taktik? Ich denke, dass ich vom Start auf die Speed nehme und dann in den Front fahre und dann hoffe ich, dass es einfach geht. Aber es sind gute Federeien. Und es tut sich selber auch ganz gut. Ich hoffe, dass wir heute gewinnen. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt direkt weiter zu dem Rennen und danach kommen die zweijährigen Stuten. Gesagt, getan und Gilda Newport setzte sich direkt an die Spitze und führte das Feld das erste Mal an den Tribünen vorbei. Gefolgt von Garmine Newport und Goldie Stardust. Und die von Michael Nimczik geführte Stute zog dann auf der Gegengeraden mit der Favoritin in zweiter Spur gleich. Die beiden Stuten lieferten sich daraufhin bis in den Schlussbogen hinein ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch auf der Zielgeraden machte sich dann Goldie Stardust auf und davon und sicherte sich souverän den Sieg bei der Breeders' Crown der vierjährigen Stuten. Alle waren gespannt, was sie macht, wie sie gegen die große bis jetzt hier Siegerin antritt. Aber wir waren überzeugt davon, dass wir sie diesmal schlagen werden. Und es hat ja auch geklappt zum Schluss mit fünf, sechs Längen, sensationell gewonnen. Das Feld ist nun vor den Tribünen. Don't Forget Me hat das Kommando entführt. Das Tempo ist gleich ruhiger geworden. 22-1 ist die nächste Zwischenzeit. In zweiter Spur Lani Express, dahinter Nonas Kiss. In zweiter Spur trabt dann hier Avalon Mist. Im Schlussbogen Laura Witschi jetzt mit einem Vorteil gegenüber Quick Lady, die in der zweiten Position ist. Es geht durch den Schlussbogen hinein und Laura Witschi, Michael Nimczek weiterhin jetzt an der Spitze. Souveräne Frührung. In der zweiten Position dann Quick Lady, in der dritten Position Nonas Kiss. Aber Laura Witschi deutlich voraus und Laura Witschi, Michael Nimczek gewinnt es. Das Rennen jetzt bei Laura Witschi entwickelte sich für mich perfekt. Ich konnte sie auf den letzten 500 Meter einsetzen und sie hat toll gekämpft bis zum Ziel und leicht gewonnen. Auch bei den vierigen Hengsten und Wallachen gibt es einen absoluten Favoriten, nämlich Orlando Jet. Neben mir steht jetzt Rudi Haller. Ist das Rennen schon vorher entschieden bei Ihnen? Nee, kein Rennen ist vorher entschieden. Nee, das muss erst gewonnen werden. Heute haben wir ein bisschen andere Verhältnisse. Es regnet ein bisschen, die Bahn ist dreckig. Aber ich denke mal, das ist für ihn kein Problem. Aber wie gesagt, jedes Rennen musst du zuerst nach Hause bringen. Er ist natürlich der Haushalte-Favorit in dem Rennen. Die Nummer 3 des Rogen und an der Spitze ist Dreambaker. Das Kommando, außen Muscleboy Ass, innen ist Augustine. Die erste Zwischenzeit ist 0,8,4. An der Spitze Dreambaker und außen Muscleboy Ass, dahinter Orlando Jet. Das Fels ist vor den Tribünen und hier geht Orlando Jet in die dritte Spur und greift vor den Tribünen an. Dreambaker ist an der Spitze und führt. Thorsten Tietz ist schon auf der Bremse und vor dem Ziel geht es auf die Schlussrunde und im Kommando von Orlando Jet. Orlando Jet ist weiter an der Spitze vor Dreambaker. Julian Boko, 12-0 war die Zwischenzeit. Durch den Schlussbogen kommt in zweiter Spur Julian Boko weiter. Orlando Jet ist vor und außen Julian Boko in den Dreambaker. Orlando Jet ist vor und Rudolf Haller guckt, wer kommt da, es kommt keiner. Vorne ist Orlando Jet, außen Julian Boko in den Dreambaker. Orlando Jet gewinnt unangefasst, wie erwartet. Innen Dreambaker zweiter, dritter Julian Boko, dann Augustino. Das Rennen war für mich in der Phase, wo er außen vorbeiging, eigentlich so weit in Ordnung. Ich habe nur gehofft, dass er so ins Ziel kommt, dass er wirklich auch den ersten Platz behält. Aber das war für ihn jetzt keine Schwierigkeit, haben wir gesehen. Wie ihr seht, ist heute echt kein schönes Wetter. Und wir haben uns eigentlich mal gefragt, wie die Fahrer ihre Pferde auf so ein Rennen vorbereiten. Einfach mal eine schlechte Wetterwolke abwarten? Nein, natürlich, die Pferde trainieren ja auch zu Hause bei jedem Wetter. Und der eine geht besser bei dem Wetter, der andere mag lieber eine feste Bahn, der andere lieber eine weiche Bahn. Und heute sind die Pferde, die die weiche Bahn mögen, im Vorteil, die sonst immer ein Nachteil sind. Also das gleicht sich immer irgendwie aus. Ja, wie trainiert man rauf, ist schlecht auf zu trainieren. Für die jungen Pferde ist es schwer, für die zweijährige Rennen, für die zweijährige Pferde, die machen lieber eine leichtere Bahn. Die älteren Pferde sind stark genug, sind kraftig genug. Das macht nicht so viel voraus. Aber für die jungen Pferde ist es schwer heute. Nein, nicht, dass man jetzt sagt, man trainiert ja speziell im Regen, nur weil mal auch im Regen im Rennen sein könnte. Nein, nein. Das nimmt man so, wie es kommt und muss das Beste daraus machen. Die Bedingungen sind für alle gleich. Jetzt ist zwar der Himmel aufgezogen, aber die Bahnverhältnisse sind immer noch sehr schwierig. Wir schauen mal, wie sich die zweijährigen Hengst und Wallache anstellen. Und das neunte Rennen, Hauptlauf für die zwei in Hengst und Wallache ist gestartet. Tappi Boga heute ist bereits in der Anfahrphase ausgefallen. Und am schnellsten flott ist hier Kate von Heitabu. Mr. F. Dark ist vorn für Kate von Heitabu. Platz 3 für Cesare. W. Dann in zweiter Spur Infant Boko. Wo innen geht Laurel Park und in zweiter Spur Iron Beukenzweig. Dann an der Innenkante Chapter 1 mit Joe Cocker außen. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Und weiter Mr. F. Dark mit knapper Führung. Gegenüber Emelion. Platz 3 für Kate von Heitabu. Außen Infant Boko. Mr. F. Dark immer noch vorn. An der Innenkante sieht man Kate von Heitabu und Mr. F. Dark gewinnt diesen Hauptlauf für die zwei in zweiter Platz für Emelion. Dritte wird Kate von Heitabu. Ich war natürlich ein bisschen gespannt mit den jungen Pferden. Ich war toll, ich war zuerst für den Pferden im Rennen. Ich hatte eine gute Nummer hinter dem Wagen und eine gute Stadtfahrt. Und dann, wenn ich einmal vorne war, dann war es nicht so viel gefahren. Und dann hat er gut zum Ende geklappt. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir haben den Tag heute mit den dreijährigen Stuten begonnen. Und wir beenden den Tag heute auch mit den Dreijährigen. Nämlich mit den Hengsten und den Balachen. Classic Connection im Trotte die Heitbogen an der Spitze, dicht gefolgt von Broadway. Broadway wird außen begleitet durch Mr. Ed Heldia. Classic Connection ist vor, mit einer Länge vor Mr. Ed Heldia. Es geht auf den Zielgerade. Und Mr. Ed Heldia bereits im Vorteil gegen Classic Connection. Aber zieht nochmal an. Classic Connection. Nein, den gibt sich noch nicht geschlagen. Mr. Ed Heldia hat einen knappen Vorteil. In den Classic Connection sieht nochmal an. Jetzt ist er wieder vorbei. Classic Connection in. Aus dem Mr. Ed Heldia. Und Classic Connection für Jean-Pierre Dubois. Gewinnt hier vor Mr. Ed Heldia. Der Held war sehr gut. Sehr gut. Und am Anfang der dritte, ich habe mich ein bisschen Angst. Der andere Held kam, der kopf-kopf-kopf. Ich habe gesagt, dass ich das vielleicht nicht machen kann, weil er in der Tülle-Ton ist nicht klar. Aber wie er ist stolz, ist er auf der Weg. Er sagt, er hat es von außen gesehen. Und er sagt zum Schluss, hat er schon ein bisschen Angst gehabt. Weil der andere Gegner schon aufgezogen ist. Und er war sich nicht ganz sicher, ob es ist. Aber er ist so stark und so ein kämpferisches Herz, dass er sich nochmal zurückgekämpft hat. Das war die Drillers' Crown 2017. Das waren mal wieder spannende Rennen hier auf der Trabrennen Mariendorf. Und habt das Sportive Chaos auch nächstes Live für euch dabei. Bis zum nächsten Mal.